Ich habe den Scheißhals, den er so lange braucht. Jetzt sagt er mir hier, okay, drück bitte das hier, um einen Scheißhals, den Papa, auszuwählen. Fick dich. Markiert. 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 Es kommt ziemlich spiel, dass du ein Ziel verloren hast. Es kommt ziemlich spiel. Was? Scheiße, den habe ich total vergessen. Habe ich total vergessen, dass da oben ja noch ein Scheißgeschütz steht. Scheiße. Kacke. Ach. Ja, den ganzen Scheiß nochmal. Arschlecken, Digga. Ja, es ist sehr schön, dass die Links mit uns sind. Ja, ich sehe den Fachcontainer. Ja, daneben, ich weiß. Ja, das ist ja sehr schön, dass die Links mit uns sind. Ja, ich sehe den Fachcontainer. Ja, daneben, ich weiß. Nummer drei. Nummer vier. Klar zu feuern. Ein Zeichen. Ein Transporter bin bereit. Feuer. Boom, Baby. Das ging schnell. Okay, jetzt haben wir. Dann schritten wir noch mal ein bisschen. So, den einen können wir umnieten. So, schön die Schnauze halten. Schön die Schnauze halten. So, wie war das? Das sind jetzt so viele, wa? Schauen wir mal, ob wir die irgendwie umrunden können. Hier ist noch einer. Hier sind überall welche. So, das ist geschützt, sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Aber hier sind viel zu viele. Hier können wir das umbringen, ohne Alarm auszulösen. Ich erkenne noch zwei. Rechts. Unterwegs. So. Viel zu viele. Hoppala. Wir gehen schön außen rum. Nein, tue ich nicht. Alles super. Alles ganz großartig. Da ist keiner. Der tritt schön auf den Boden rum. Das war jetzt mehr als knapp, Leute. Okay, ich kann hier nicht lang. Nein. Oh, was war denn. so die scheiß ist zu die interessiert uns also nicht mehr großartig schnauze noch ein gegner in your face okay das haben wir einigermaßen hingekriegt ja wieso sind die noch im tambus wenn sie aufstehen ja warum ist bei euch die tango aktiv ich kann mich nicht drucken ich kann mich nicht drucken was können sie über den kontrollraum sagen er befindet sich überhaupt sie müssen durch den generator um hinzukommen da wird schwierigkeiten geben die ganze mechanische ausrüstung bringt unser wärmebild durcheinander ich kann es nicht sagen schätzen sie einfach und rechnen sie mit mehr wie immer verstanden aber ich darf mich wieder hinknien vielen dank du drecks game das ist mein onkel papa hier durch hier so wir warten hier keine ahnung was hinter dieser tür liegt unser ziel ist der kontrollraum von mir und dann los tarnung leid in bewegung sieht nach rechts aus voran erkennst du dass hier zwei schützen sie ach so da das sind noch mal hier genau vor uns da ist noch einer rechts von uns das sind zwei ziel noch einer mehr direkt vor uns sag wann sag los bereit so schlaf schön alter ist das zu laut hier stand noch mal kann ja nicht mal diese motoren abstellen hier selbst die grafik hat hier fehler durch diesen lärm der raum scheint jetzt sicher zu sein also ich verstehe mich selber jetzt kaum noch da bin ich doch ich lade nach hunter der peint hat eine sperrsequenz gestartet gehen sie zum kontrollraum und schalten sie sie aus verstanden wieso um alles in der welt wissen sie dass ich jetzt hier bin scheiß drauf auf die scheiß drauf das ist ja so geil gelaufen jetzt wow angiel vor der bewegung warum muss ich jetzt leise sein warum musste ich jetzt leise sein wenn man ja so wie so jetzt hier mit so hier hardcore attackenmäßig hier durch die gegend läuft heavy-middle-style und so nah dann wir müssen das Ach du Scheiße, da warten ein paar Leute auf uns. Los, Bewegung! Das ist gut. Wir laufen. Los, weiter! Wir haben den Griff! Ich treffe nicht. Danke. Lade nach. Los, Bewegung! Kommt nach der Kuh! Erfurt! Haltet sie auf Platz! Vorsicht, Granate! Geil geworfen, die Berater. So viel ist schon mal sicher. Ja. So viel ist schon mal sicher. Ey, ihr steht direkt vor ihm! Tötet ihn doch! Fick you! Alter, was zum... Henker! Äh, es wird enge! Es wird enge! Es wird enge! Es wird eng! Es wird eng! Weiter! So, Hammer. Scheiß, Alter. Ich... Mach das mal. Wir sind drin. Unsere Techniker holen die Daten. Auf dem Oberdeck ist ein Landeplatz. Dort sammeln. Verstanden, Overlord. Am Ausgang formieren, Leute. Wir gehen alle nach oben. Vier alle? Okay. Wo leiden die denn? Oh, Leute. Macht doch mal Hände hier. Sie haben da ordentlich zur Unruhe gesorgt, Hunter. Wir müssen unsere Pläne anpassen. Mehrere feindliche Abteilungen nähern sich Ihnen. Und eine russische Spezialeinheit kommt zur Verstärkung. Achtern befindet sich ein Landeplatz, aber auf dem Weg dorthin werden Sie auf einigen Widerstand stoßen. Gehen Sie überlegt vor und bleiben Sie in Bewegung. Hubschrauber sind unterwegs, um Sie zu unterstützen. Verstanden, Overlord. Wir werden uns beeilen. Hört sich wie immer noch einer fetten Party an. Aber ganz ehrlich, ich verstehe die komplette Geschichte gar nicht von Ghost Recon. Ich weiß nicht, welchen Zusammenhang das jetzt alles. Sie sehen dich gleich. Achtung. Ich habe hier drei Schützen. Auf 12 Uhr. Er war mal. Wir haben wohl einen Ihrer Männer gefunden. Jetzt nicht mehr. Tarum aktiviert. Ich bin auf Position, Digga.